So Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video, es ist ein bisschen her seit dem letzten Upload, einfach weil diese Woche so viel passiert ist, es ist gerade die ALGS Championship, also die Weltmeisterschaft in Apex und das Ganze verfolgen wir mit Watchpartys live auf Twitch, die nächste ist am Sonntag um 17 Uhr und wir werden uns das Finale angucken, die besten der besten, die größten Namen der Welt spielen gegeneinander, es war bisher ultra geil und es wird noch geiler, schaut dementsprechend gerne am Sonntag vorbei live auf Twitch, den Link findet ihr in der Videobeschreibung und ansonsten heute für euch kein Apex, aber ein bisschen Fortnite, ich habe letztes Wochenende beim Elex Amar Fortnite Cup mitgespielt, 40.000 Euro Preisgeld gab es zu holen, ich kann schon vorweg sagen, leider kein Preisgeld erreicht, aber eine ultra ultra geile Runde gehabt, die hier heute für euch vorbereitet, ansonsten habe ich noch eine kleine Level Up Aktion für euch, aktuell quasi eine 3-für-2 Aktion, ab einem Bestellwert von 78 Euro gibt es eine Dose Hypernova on top und 5 Geschmacksproben von Level Up, das Ganze mit CodexHanky spart ihr noch 5%, ich küsse euer Herz, für den, ich küsse euer Herz, für den Support und ansonsten ja, wie immer, schreibt mir gerne was in die Kommentare, ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt und ihr nichts verpassen wollt, Kanal kostenlos abonnieren, Daumen nach oben, viel Spaß. Ich glaube, ich gucke, dass ich mir die Runde mehr Green Life mitnehme. Blauer Air, let's go. Ich habe eine Sniper für dich, aber ich lasse sie liegen. Was geil, Denki? Ja. Ist hier auf diesem Haus, auf dem Berg, aber... Mhm. Diese Minis? Oh, eine grüne R noch. Mhm. Ich werde jetzt Shockwave einfach mitnehmen, dass ich die euch droppen kann, da wird ja wohl jetzt keiner sich beschweren, wenn ich die nicht use. Glaube ich auch nicht. Die liegen vor allem auch richtig eklig auf den Beugen und das stehe ich gar nicht mit dem Quanta. Weil, dass ihr euch die nicht holen könnt, das gefällt. Okay, ich habe eine Pistole, sehr schön. Okay, ich lasse die Shockwave hier auf dem Berg liegen. Kannst du dann mit der Zippe einholen, Henki. Yes. Ich habe jetzt Busch dabei tatsächlich. Ich habe... Okay, dann... Ich könnte die sonst auch nehmen. Ich habe eh... Healing, also ich muss eh sowas nehmen. Ja, tutu, tutu, tutu. Wo genau waren die? Ich würde die einfach liegen lassen, ich hole mir die. Bitte? Wo waren die Shockwaves? Auf dem Hill, neben der blauen Marker. Okay, ich habe jetzt schon vier Böscher. Also kannst du selber behalten noch, wenn du Platz frei hast für die Böscher. Ich hole mir die Dings oben. Kannst du die Böscher nehmen, Swag? Die Böscher, ja. Ich nehme... Ich habe auch noch eine graue Piste. Ich habe schon... Ich habe die Brass. Ich habe die Brass. Ich meine... Ich lasse da fünf Flaschen liegen, wenn du die Erzielen sonst nehmen willst. Boah, hier wäre eine exotische Tag, wenn ihr zwei Schlüsse kriegt, wäre wichtig. Einen habe ich. Boah, maybe Perk mal gucken, für Keymaster. Keinen gefunden, leider. Ja, aber ich bekomme mehr gesagt, so rum. Leute. Ich bräuchte noch Flopper, wenn ihr Flopper findet oder gefunden habtet. Ich werde wieder auf dem Haus die Runde erstmal bleiben auch. Du hast eh wieder deine Sniper, ne? Ja. Mal ein bisschen wenig Ammo. Kann ich die Spacher hier noch nehmen oder nicht? Ich habe sechs Minis dabei. Ich weiß nicht mal, ob Minis so gut sind. Ich glaube, Greenlight ist da schon echt besser als Minis. Und echt? Ja, weil wenn... Also, in der Situation, wo du Minis brauchst, ist ja, wenn du 100 AP hast, dann bist du ja gefühlt schon... Weißt du? Mhm. Da wird es dir... Ja gut, wenn wir Swaps halt hätten, Swaps reinhauen, aber... Meistens hat man nicht mehr so die Zeit dafür. Also, dass die Pisse zwölf Schuss hat, ist auch wirklich ne Frechheit. Mhm. Ich hab jetzt einfach Ding, ich hab vier Flopper und, äh, zehn Splasher mit. Und Böscher halt. Ich hab keine Bunker gefunden, wie auch immer das geht. Kommt dann einfach gleich zu dem Haus oben, wenn ihr fertig seid. Schon da. Ja. Ich loot nochmal kurz einfach hier drumrum. Hier sind auch schon wieder welche. Links Schießmatche bei Rumble. Aber letztens in der Bunker war es, glaube ich, wieder was. Ja. Vielleicht tripp ich aber auch. Schon gut, möge ich das wieder dann. Was oft Action. Oho, oh, die sind Bogen. Kannst du Splash an dem, Swag? Ja, kann ich schon nehmen. Ding hier unten. Komm einfach, quick. Komm dann auch einfach direkt hoch. Dahinten ist eh kein Loot mehr, wo du bist. Da sind auch Fische, die kannst du auch nehmen, oder? Ja, ich hab zwei Fische schon. Ja. Ähm, Hanky, kommst du quick? Ich hab Schlüssel gefunden. Ich pack den Schlüssel rein in die Tag. Ja. Ich pack den direkt rein. Musst du dann einfach nur noch deinen reinmachen. Yes. Die ist geil. Du kannst auch einfach dann Leute so von 100 Metern schießen, dass du einfach diesen Chili-Effekt hast, wenn du die hättest. Ich denke mal, wusstest du eh, oder? Wusstest du nicht, nee. Nein? Wenn du selbst nur so zwei Schaden machst, hast du diesen Pepper-Effekt? Also, dass du einfach schneller ranst? Ja, ich geh hoch mit der Planung. Hast du ein Sniper-Ammo? Ja, aber nur sechs die Runde. Passt. Die Zone ist wieder echt süd. Boah, der Hill wär so gut. Ich weiß noch nicht, ob wir so früh gehen wollen. Sonst guckt noch hier ein bisschen für Kids, Hanky. Mhm. Jetzt ist uns maybe aufs Haus, da bist du im Saver. Macht dir die Bäume kaputt, dass du mehr Vision hast. Oh, die hol ich mir. Spark, hast du Sniper-Ammo? Ähm. Ja, sechs Stück. Magst du mir die droppen? Ja, wo? Danke dir. Gerne will. Hier hinten, pass auf, Hanky. Ja, gerade gesehen. Ansonsten ist Haus-Bug. Wenn du da angeschossen bist, kannst du da Stellschärm. Ja. Die ziehen aber eh nach hinten durch. Da beim Haus. Ja. 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 Es wird wahrscheinlich eine Naughty Insel sein, die werden wir nicht kriegen Hier, Eier mal nehmen, wenn du brauchst Aber hier, kein Schwanz Nichts Doch, Yon, Yon Komm, sonst, wenn du schießt Der geht mit Pilz hinten hoch Ja Verkackt Die schießen schon, ne, glaub ich Ja, aus dem Busch Hier sind nochmal Büsche oben, aber Die schießen schon auf uns, müsst ihr abfassen Im Busch, immer noch Oben, oben im Busch Ach, nach Sven Pass aufs Fuck, ne Steht da sehr offen für viele Ja, wie war es das Schlüssel ich nur im Westen Sind unten im Junge, glaub ich auch, sogar Ja Ich wird Oh, ich werde angeschlüsselt Ich hab keinen Biggie, leider Hier, kannst du die Flasche hier nehmen Hier unten Hier unten Hier ist die Flasche als erstes Hier unten im Busch Ja, warte ich kaum Der rennt in unsere Richtung auf jeden Fall Ist der immer noch im Busch, oder ist der weiter gekommen? Ne, der ist schon unten, da bei uns am Berg Also irgendwo unter uns gerade Also irgendwo unter uns gerade Ist der Steps hier? Der ist hier Richtung Osten irgendwo Hier unten? Gleich da 100 36 Ich kann mich reviven im Busch Ich hasse das Spiel Ach Bro Also das war wirklich so frech Ich spring auf diesen Berg Und werde einfach direkt runtergepackt Ey Das war der Pro, also der hat wahrscheinlich Loot für dich eher Ja, ich guck mal Utility wär gut Hast du den gehört? Jo Wo hier? Hier bei mir Ich hab Ki nochmal bekommen Ja, der hat jetzt nichts Rauschen das Nur nochmal Money, die ich euch geben kann Aber keine Sniper Money Wir können eigentlich nochmal weiter nach Süden Weil wir werden eh keine Sorgen mehr hier haben Nehm Soll ich nochmal Schlamm, dass wir schneller sind? Ja, komm Ich überleg grad was auf dem Weg ist, wo wir gut hin können Eigentlich haben wir hier oben gleich irgendwo einen Push Das glaub ich gut Sollte auch gut für deine Sniper sein Ich hab nur 13 Schuss und 100er Air Ja Ich hab gute Air Ich kann den gleich geben Hier den Pushcammer Da ist keiner drin Wobei, der Hill wäre ja schmacko Eigentlich kommen wir direkt hoch auf den Hill Ich renne direkt weiter Gegner links, Klos, Klos Ich beam die Und hat einer? Einer dead Der im Haus noch Der im Haus hat die Waffe 160 von mir Ich bin 1 Ich fiel mich Hab meinen Der letzte bei dir Nice Anders bei mir, kannst du kommen? Ja Der ist Crack Gleich da, gleich da, gleich da Safe Robin Der hat die Festung Ich nehm die Ich kann die nicht mehr nehmen, das sind 3 sogar Einer muss die nehmen Hier ist auch die Festung, die ist auf Was? Bei mir steht, bei mir steht, bei mir steht alles Minis auch Hier nimmt die Ich hab jetzt 6 Minis dabei Ich geh schon mal Hill Hast du schon einen Bunker, irgendwer von euch? Ne Ich hab Burscht Einer sollte auf jeden Fall Bunker noch nehmen Ich hab halt 4 Dings dabei Hast du irgendeine Waffe job gemacht? Da essen die oder so? Hm? Hast du 3 Waffen mit? Oder wie viel? 2 Stück Hab ich Lass den ganzen nach oben Boah der Burscht Der schmeckt Ich hatte dich schon reingeschossen Müsste viel sein Ja ja Aber der ist geil für die Pose Wenn nicht, ich baue dir oben eine Festung Ich hab 8 gerade Ja Musst du aufpassen mit der Zip Ich mach dir die hier rechts hin Die soll geil sein die Festung Ich mach einfach noch eine in die andere Richtung Weil ich nicht mehr hab Ich hab auch genug Ammo Kommt der hoch irgendwie oder? Ja Unten durch oder? Ja Könnt ihr ein bisschen auf mich gucken Dass ich da runter kommen kann? Ja Die Festung So in die Richtung ein bisschen Sehr schön Sehr schön Geiler Kills Henke Boah zum Glück hatte ich Flop Weil die haben mich echt gerettet Ich hab Reapers direkt gerückt, sondern das war wichtig Ah lacher Gingen immer noch 3 Bunker unten Digga Was hatten die alles? Ja die waren staked Ist auch geil Ich bin voll Ammo Komplett Sehr schön Du sie zipline kurz, nicht erschrecken Du musst dich gar nicht so hoch stellen, Spark Okay Aber von der Treppe aus reicht schon Mhm Bis du Leute siehst Und aufpassen, dass du nicht die Sipline betätigst Ja Das ist krass Bei mir sogar das Fliegeding Ich weiß nicht Wie lange das noch anbleibt Ich glaub nach der Sonne schon aus Ich hab auf jeden Fall diesmal viel weniger Healing Aber dafür Echt viel Position Ich hab 4 Büsche, 8 Bunker Also wenn wir für Position spielen können Sollen wir es auf jeden Fall machen Ja Das ist so nice Ich mein letzte Wunde haben wir die Heals auch nicht gebraucht Da wäre Position halt gut gewesen Weißt du Ja Und wenn wir Gegner töten Haben die am meisten Heals dabei Problem ist in der Season ist Also die Zones sind so richtig Da kann man gar nicht so richtig auf Position spielen Weil die jedes Mal so in die Ecken gehen Ja Also musst jedes Mal rotieren Da vorne Henki Mach den Baum kaputt, dann hast du Vision Schon runter glaube ich Ne da oben Im Bosch Im Bosch Müsste im Bosch sein oder? Ich glaub der ist runter gesprungen Ich hatte was gesehen Ja ich glaub auch der ist hier lang Dann kannst du maybe Siehst du den da gleich im Fluss unten Oh noch besser Guck mit der Eier Das ist 3K Das ist 90 Hier links unten 3Kill Henki 18 Volt Warte 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 Ab hin Medi Lacho Schön Fünf Kills schon Wir haben auch Oh wir haben ne geile Zone Wir können echt Glück haben mit Nexa Die sind hier im Bosch Ja Kommt mal ein paar Dinger einfach rein da 33 Bisschen mit links im Bosch ist der Ist das einer? Niemals sind das drei oder? Ne ne zwei Das sind die Mates Versteh ich nicht Wie kann man so wenig Wie geht da so wenig rein? Habt ihr SMG Mund? Ich hab noch 400 Eier für euch Ja hier 400 SMG Hier Eier Das darfst du hier einfach mal liegen Eier hab ich full 31 30 Ich wollt kurz erwähnen Wenn wir Zone pullen Haben wir die Runde gewonnen Eine minus 100 120 Die sind ein bisschen weiter hinten 30 Die sind low Können die nicht Paniken Magst du den Rest der Eier mitnehmen? Sind 300 Schuss Einmal ja Oder brauchst du die noch Spark? Ne ich hab äh 480 Na dann hast du voll Da hinten kommt ein Team rein Ich gucke auch grad nach Richtung Megacity Falls da irgendwas Jo Hinten im Busch wieder Thank you Wo? Mit dem Dein Jammer Ui au Runde 120 Nice Deine im Busch im Mund drin Ah hat Bonka geworfen Komm bitte Zone Die Moven Oh das sehr gut Oli Da hinten ist Nock Spark nice Sperr auf Schraub Fanky Mit der Eier Beim Bunker Jaja das hat er noch Von Spark 40 weit auf den Nocken Ist doch von hinten Weiter aufschließen Weiter aufschließen einfach Da könnt ihr links dick ruhig spammen mit der Eier Spark einfach links dick spammen Hinten im Busch auch Wo ist denn der Nock Als ob der das jetzt überlebt Ja Oh was geht da ab Einfach mitschießen Jo Track da oben Weit Wir gehen dann einfach ganz nach hinten ok 120 Jana In Megacity noch Henki Noch einer 120 Die sind hier drin Da drin und low Schießt dann mit auf die Treppen Wenns geht Henki guck mal gleich auf die Weil die werden in uns rein rotieren Jaja auf dem Dach von der Tanke Der steht einfach offen Du kannst Heldschuss halten Links vor allem ruhig Down Geiles Ding Der Nock is low Dead Haben Der andere minus 100 Wenns geht Guck mit nach links Nach Megacity 120 der eine 34 der andere Einer ist noch in der Zone Bro Einer ist noch in der Zone Er hätte 120 bekommen Ihr müsst aufpassen Dass ihr nicht die Reifen hättet Ich mach den kaputt Jaja ich kenn das mit den Reifen Jaja einfach dass wir da nicht Hier ran Seid ihr ready? Warte 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 Ich schau noch wegen dem Oh Ja Unter uns Einer down Der voran Anders rechts Ach das ist ok komm 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 Go 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 Gehen wir runter? Jaja Einfach die Sipp dann kurz Hier rechts lang rechts lang Warte 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 Er ist Cracked Er ist Cracked Kommt hier in den Bosch einfach Pass auf Häkki Jeder sieht dich in der Lobby Komm ich komm ich komm Komm rechts lang Alles gut alles gut Ich weiß nicht ob der Bro ich weiß nicht ob der Den resten kann Jaja aber Wir werden die Runde gewinnen Guck dir die Rotation an Wir sind komplett Hier ist kein Schwanz Jawohl Doch doch vor uns vor uns Hier 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 Ja ich sehe ich schieß noch nicht Schieß noch nicht Lass die vormoven Die waren eher imoven Kannst du gleich von hinten Zu dritt beam Wenn wir da sind Ich hab eigentlich können wir Ich weiß nicht ob die auch Darauf Was habt ihr in Green Life Ihr habt Splasher oder? Ich habe 6 Minis Wenn ich Ja Ich hab nur diese Sprayer Ich versuche kurz Scout Scout nur ob die irgendwo sind Ich würde hier einmal ganz kurz warten Wir können einfach Komm runter hochpassen Let's go Wir usern einfach den matt Rechts rum Wir können dann mit einem Pilz hoch Und dann baue ich uns hinten einen Bunker Oder einen Busch Wie es sich gerade passt Guckt noch nach hinten unseren Weg Ob da welche kommen Ja Folgt ihr mir einfach Ja ihr könnt jetzt kommen Sagen kommt Kommt zurück Kommt zurück Holt euch hier den matt Wir gehen hier rechts hoch Oh Let's go Mal sliden und dann springen einmal Das ist am schnellsten Mhm Mach jetzt Sneak mal maybe Dass sie uns nicht hören Dann kriegen wir einen Kill Wenn die keine Weiner haben Geduckt Geduckt Ja Die sind im Busch Ich würde einfach einmal nach rechts rennen Kommt schnell her Ich renne nach rechts Und dann place ich den Bunker Und go Die sind da halt gerade Go nach rechts Place Da vorne direkt im Busch Im Busch Aber nicht unnötig Nur wenn wir 36 Okay sehr gut Mach aber ruhig Wir haben ja noch einen zweiten Bunker Rechts von euch Macht ruhig Ich mache euch den Baum kaputt Nicht unnötig pushen jetzt Wir haben alles gerade Nicht overpeaken Nicht overpeaken Lass das Alles gut Ihr kommt mit Wir laufen einfach rechts lang Wir gucken wieder Ich place den Bunker Ich guck auf die Okay Einfach rechts lang Place nochmal im Bunker Der rechts lang Ich kann einmal stoppen hier Ich splash dann gleich einmal Wir haben Wir haben Okay wir können unten Du musst dann einfach Hast du noch Splasher für mich? Ne ne? Ich habe keine Okay du hast uns mitmessen Okay dann komm mit Einfach unten hier Stoppen runter Pass auf dass ihr nicht falsch an nehmt Ich mache hier den Bunker hoch Einmal quick rennen Ein bisschen miskalkuliert Ihr könnt hier dann einfach hoch springen Auf dem Bunker Ihr solltet keiner sehen Ja Hier ist keiner Was? Spash nochmal wenn ihr herkommt Oh Hier ist der Madness truck Okay Komm mal mit rechts Hankey Hankey Deinen Deinen Nebel hättest benutzen können Bist du mit mir Hankey? Ja Ich werfe Links ist close einer Links ist close Der läuft den Berg hoch auch 80 Ich werfe den Bunker einfach Kommt zu mir Erstmal im Bunker Erstmal safe sein Da da Der war low Feinspiel Nice Einfach springen die Wall Wir müssen noch nicht pushen Guckt links in Richtung Sound Hinter uns unten im Bush Ja Ich hole den Okay der Finish hat's noch Versuch die Links Die müssen zu uns kommen noch Henkey Ganz unten im Bush Ja Ich bin im Finish mal Vielleicht fliege ich den Kill Der ist low im Bush Down Aber nicht von mir glaube ich Sehr schön In Zone Im Bush Bunch white Crack Wir haben Zone Sehr gut Okay Links out of Zone Der rennt weg Einer Shockwave Pass auf Der ist dead White Auch dead Nice Links im Bunker Ich smell die Wand mal auf Das ist mindestens ein Duo Let's go Nicht oberfliegen Ja die schweißen sich Perfekt Unten Blatt nach Hau da rein mit der Eier Ich werfe mal im Bush Dann können wir einfach oberfliegen Wir haben komplett gut zonen Ja ja Guck hier mit drauf Links Einer 160 unten Und der im anderen Bunker Der muss hohen Ja ja Links auch Er moved White Nice Go auf den Der hielt noch Das wird jetzt Einer down Noch einer White hinten Das ist auch gut Hits Der Shockwave war auch weit Komm mit Ich werfe den Bunker Der läuft hier oben Hit uns oder was Einer ist unten Der andere ist hinter uns Hit uns Gute Beams Red Alles ist anders unter uns Komm mit Ich werfe den Bunker Du bist einmal mitten Ok Pass auf Pass auf dass du nicht mit dem Reifen runter gehst auszusehen Wo genau ist es hier? Irgendwo unter uns Machen wir ruhig Wir haben Zeit Ich verspreche nochmal zur Sicherheit Pulled back Wir haben gewonnen Ok Die Elmden hier ab Der müsste rechts sein Ja hier direkt unter mir Good job Runder Let's go baby Nice Dankes Gigi bro Gigi's Gigi's